Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daniel, kannst du mal anmoderieren? Ja, dann geht es halt einfach los. Achso, ich bin bestimmt nicht besser als beim letzten Mal. Doch, 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 ich bin besser. Da ist ja immer noch die selbe Aufnahme. So, abgewehrt. Ey, gewinnen wir echt dreimal hintereinander. Kriegen keine Liga rauf. Ja, ich hab ne Liga rauf bekommen. Ja, ich hab ne Liga rauf bekommen. Ich war ein Scheißspiel einfach nur. Ach scheiße, ich wollte eine Seitwärtsrolle machen. So geht die alles drauf. Oh nein. Philipp, wirklich. Ja, du bist auch dran vorbeigefahren. Ja, aber das war ja wirklich Augenkrebs. Nee, warum kommt der da zurück? Ach man. Ach man. Und Gegentor. Ja. Kann man losfahren. Ja. Hä? Wie Gegentor? Da kennst du mich aber noch nicht richtig. Ich bin jetzt nämlich gut. Hier, das Spiel geht weiter, ne? Wo bist du? Ich hab dich in Ewigkeit nicht gesehen. Ja. Das ist doch ein Tor, oder? So kalt. Ich fahr nicht dran. Fahr nicht. Ja, gut. Scheiße. Das ärgert mich. Das erste Tor hab ich so schön gehalten. Hast du gesehen, dass ich versucht hab zu springen? Versucht's. Bleib doch mal beim Versuchen. Mal, nun könnt ihr da ran. Was solltet das? Mitte? Nee, doch nicht. Irgendwas anderes. Du scheiße. Da geht doch jetzt rein, oder? Jo. Da ist doch alles. Kein Problem. Na, gut. Ich hab da weiter reingegangen. Das ist doch so ein Glück. Ja. Boah, leih. Der ist weg. Wer ist weg? Das war so aus. Das wär der in der Aufklärung. Jetzt, hey! Nein! Ich krieg das nicht hin, sowas. Haha! Ich bin rückwärts geworden. Ich hab die Richtungen verwechselt. Nein! So ne Scheiße. Ich krieg die einfachen Touren hin. Weg ist auf jeden Fall nicht mit uns. Oh! Du standst irgendwie im Weg. Ich hab's gemerkt. Oder besser gesagt zu spüren bekommen. Wir haben keine Zeit hier, oder? Okay. Oh ne, oh ne, oh ne! Oh ne! Ja! 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 Ich weiß, was drin ist. Ich weiß, was drin ist. Ich weiß nicht, wie du immer fährst, ey. Das ist gar nicht drin. Ich weiß nicht, wie du immer fährst, ey. Ja, er war der Erste. Aber der Einer hat auch Stammel. Wenn du jetzt Stammel bist, kriegen wir zu schwere Gegner. Ach, Quatsch. So, zweite Runde. Jetzt wird es besser. Den APK. Doch nicht. Ich bin kaputt. Warte. Oh Mann! Da war der Beinehaus getrickst. Ja, das war der Versuch. Aha. ja 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 jetzt aber ja ich hab mein tor geschossen ja gut ich kann auch was gerade so also ich habe gezögert alter alter also bist du denn da reingefahren der geht ans tor oder solche tore kann ich wenn er nicht schon bei uns reingeflogen wäre aber die sind wirklich die sind unheilbar finde ich warte nach anschuss wenn du gar nicht in der position dafür bist bitte wieso spielen wir die ganze zeit nicht so vorlagen meister jetzt spielen wir doch so na gut das soll schon mal anfangen musst du folgen tauschen ja ich glaube du machst das die spiele tauschen in der folge obwohl wir lassen so dass das die erste ist deswegen gar nein bei uns gibt es alles ungeschnitten ungeschnitten du tust auch bestimmt schon die worteschlange rausschneiden wir haben nichts zwischen dem spielen ich wollte gerade eine frechheit von felix erzählen das darf ich auch noch gar nicht erzählen eine frechheit von felix im let's play kommt wo noch ja das kommt erst die folge kommt früher das ist was in dem singleplayer projekt gewesen das habe ich so gefeiert was das kommt vor dem projekt heraus ja das projekt kommt vorher raus deswegen darf es ihnen erzählen bevor diese folge hier öffentlich geht ne also felix science kommt erst nach dieser folge raus hier die wir gerade aufnehmen das ist ein anderes projekt ne wo ist denn das jetzt war noch angekommen aber die sind nur ehrlich gesagt ganz schön scheiße ja wenn ich Tore schieße sind die wirklich scheiße ja guck dir mal jetzt an hier hopps daneben hast du die geldräder die moneyräder das weiß ich jetzt gar nicht das könnte sein muss ich dann noch mal angucken ne irgendwelche goldenen räder sind das ok warte warte den bring ich wieder in der mitte ne doch nicht aber schneller mach ich versuch es zumindest die haben mich herum geschubst nochmal was augenschaft was denn ist da nichts passiert du hast irgendetwas spezielles gekriegt ja ne ich Spielmacher ach so weil ich bestimmt so viele vorlagen habe dann oder ne keine ahnung wisst wie man das kriegt oder wenn du ganz viele mittelfeldpässe hast oder wenn du den entscheidenden Spielzug gemacht hast ja das stimmt das war jetzt der dritte mittelfeldpass oder so ok tschüss scheiße jetzt noch mal verloren jetzt haben die eh Tore drin jetzt kann ich nicht mehr spielen warte 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 ne warte doch nicht kannst du machen was du willst ist mir egal nix passiert oh 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 Philipp nix passiert scheiße gehst du das denn mit wenn der Ball auf dem anderen pass mal auf was wir gemacht haben dann immer voll der Regen heizt was machte du ich hab die Ballkamerade nicht gesehen was ich gemacht habe ich bin einfach vorwärts gefahren so ne scheiße egal wir haben ein paar vier Tore Differenz schaffen das wollen die nicht mehr auf ich hab's wirklich vom ganzen Herzen das hab ich euch gelassen ich wollte nicht nochmal ran fahren das war aber verdient ich wollte aber nicht nochmal ran fahren sonst hätte ich den Ohr gekriegt ja hier wär ich locker ran gekommen aber ich hab was dann anders überlegt und ich nur rein mit der Tore ach ja das war's Absicht ich hab's nicht das war dir gut zugespielt oder? ich bin mir jetzt selber zu aber es wird nicht hat man gesehen ich wollte dich lassen aber ich wollte dich lassen aber Monster wenn du irgendwann mal auch noch kommst Was war denn jetzt dein Ziel schon, oder? Hö, Ziel? Ich spür keine Rangliste, wenn dir die Wände hochfahren willst. Ja, gewinn doch. Aber wenn's mal nicht so läuft, dann bestraft wird, werden genau die Gefährder bestraft. Wir sind nur zu zweit. Oh! Was denn, ist da noch alles hier im grünen Bereich? Der Ball war fast drinnen. Wir haben es zumindest angedeutet. Hier, der ist weg. Weg. War eigentlich so gut wie im Tor, oder? Nee, doch nicht. Doch? Naja. Oh, Schuss. Ja, ist immer schon mal ein Anfang. Hast du nicht gesehen. Den kriegst du. Ja, komm, der geht noch rein. Oh, Schade. Abgewehrt. Immer noch mal mit deiner Klasse ist. Zum Helden, ja. Hier ist aber Gold. Warum tun wir nicht aufsteigen? Ist kaputt hier einfach mal. Keine Ahnung. Vielleicht sehen wir das in der nächsten Folge. Hier bei Let's Play Together Rocket League. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.